Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich bin wieder heute unterwegs im Taunus und will heute so 90 Minuten Rad fahren. Das reicht mir heute. 90 Minuten mehr Zeit habe ich heute nicht, aber ich mache es. Bis gleich nach dem Intro. Ich bin jetzt schon so 25 Minuten unterwegs. Wieder bergauf, bergab hier im Taunus. Ich bin heute ein bisschen schlappi, aber ich beiß mich schon durch. 90 Minuten bringe ich hin. Fast eine Stunde Radfahren und jetzt fängt es auch an zu regnen. Das hatte ich nicht erwartet. So ein Mist. Ich habe gedacht, dass das Wetter hält. Naja, geht schon irgendwie. Aber im Regen Radfahren ist nicht so schön. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Das Tropfen bleibt nur so ein bisschen. Aber eine halbe Stunde habe ich noch. Ich muss auch irgendwie zurück. Deswegen hilft nichts. Auch wenn es regnet. Es regnet leider wieder ein bisschen mehr. Das wollte ich nicht. Das ist doof. Fahrradfahren im Regen ist doof. Aber ich muss jetzt hier durch. Noch eine Viertelstunde. Dann habe ich es geschafft. Ätzend. Dann auch noch bergauf. Das war nicht der Plan. So ein Rotz. Aber wenn man in den Himmel guckt, oder wenn man in den Himmel gucken würde vorher, hätte man schon gesehen, ha, da könnte was kommen. Da fährt man nicht einfach so mit dem T-Shirt los. Verdammte Scheiß. Aber zum Glück ist es nicht kalt. Das ist schon mal viel wert. Aber nass jetzt. Nass ist es. So, jetzt wieder bergab. Ich melde mich gleich, wenn ich es geschafft habe. Ich habe es gleich hinter mir. Noch ein paar hundert Meter bin ich da. Scheiße. Hatte ich schon ganz schön gefisselt. Fand ich doof. Die letzte halbe Stunde ungefähr. Aber muss ich durch. Ich habe es jetzt geschafft. Knapp, knapp über 90 Minuten. Rad gefahren. Passt für heute. Alles cool. Das könnt ihr auch. Macht auch was. Auch wenn es im Regen ist. Könnt ihr einfach zu Hause machen. Ein paar Workout-Übungen. Runde vom Sofa. Sport machen. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.